Oh, das sieht nicht gut aus. Seht ihr, was ich sehe? Ähm, ja, also wir hatten eben gerade am Ende der Folge ein kleines Soundproblem. Hat sich plötzlich aufgehangen. Deswegen habe ich diese lustigen Pew Pew Crash Bang, aber Overlaced eingeblendet. Ich habe natürlich die ganze Zeit weitergeredet, aber da war nichts wirklich Sinnvolles bei. Aber ich wollte die einfach nur verfolgen bis ans Ende der Karte, weil einer von denen hatte, glaube ich, noch eine ganz gute Waffe. Charge Rifle, genau, die da. Aber ich habe dann gesagt, nee, die kommen da. Das schaffen wir nicht zeitlich und dann ist gut. Das mit dem Schweinchen ist schade, Bella. Und ich gehe gleich auf das Graf schreien. Das mit dem Schweinchen ist schade. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wobei es haben mehrere Leute in den Kommentaren schon Theorien geäußert. Und ich habe die nicht so eingestellt, dass sie mit angreifen sollen. Aber die war am Haulern, wenn ich das aus den Kommentaren richtig gelesen habe. Und ist dann genau zu dem Zeitpunkt der Lange Lauf und wurde dann abgeschossen. Was natürlich ein ganz schönes Ärgernis ist, weil unsere Bella war ja eine von den Weibchen. Warst du schwanger? Missing Body Parts 3%. Ah, nee, hier, Wild Boar 1 ist schwanger. Und wir haben noch ein Backup, wenn die hier noch ein bisschen älter ist. Ja, ich denke, das ist jetzt ein endgültiges Zeichen. Ich habe eben gerade schon eine Folge XCOM 2 verhauen, weil ich nicht aufmerksam genug war, weil ich immer noch krank bin. Und hier ist anscheinend jetzt irgendwas mit den Versionen nicht mehr ganz in Ordnung. Das heißt, ich muss das Ganze erst mal patchen und die Mods überprüfen und so weiter. Das heißt, ich werde hier jetzt auch die Folge gleich wieder beenden. Werde das Ganze dann fixen und werde mich doch erst mal auskurieren und erst wieder Videos aufnehmen, wenn ich besser drauf bin. Weil so hat das leider keinen Sinn. Also, ja, sorry für das kurze Video. Ich hoffe mal, in ein paar Tagen läuft das alles wieder. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass hier jetzt auch noch alles durcheinander geht. Wie gesagt, bei XCOM ist das schon... Ist das ja nicht so, ist das ja nicht so wirklich gut gelaufen. Aber lustig aussehen tut es ja. Na gut, also wir hören uns dann in ein paar Tagen. Ein paar Tage, bye bye.